So, ich finde das sieht gut und schön aus, wenn es fertig ist. Ich habe ja schon mal ein Haus da draus gebaut. Und die NPCs lasse ich oben einziehen, weil dann nerven die uns nicht, indem sie Türen unten aufmachen und dann die ganzen Zombies und so reinkommen. Was mal alles passiert. So. Na, komm, rups, raus. Ja, das ist ein Geduldsspiel, finde ich. Da braucht man viel Geduld, das abzubauen. Tja. Den Raum machen wir noch, dann verlegen wir erstmal. Mal. So. Ich frage mich immer noch, wie viele NPCs es gibt. Es gibt ja mal unterschiedliche viele, glaube ich. Was ist das denn hier? Achso, ein Loch. Okay, dann lass mal gucken hier. Jetzt richten wir erstmal das Haus ein. Für den... Achso, ja, Hintergrund hatten wir ja schon. Ach, Mist. Ich hab mir viel zu viel Mühe gegeben. So. Ach, Mist. So. Jetzt müssen wir erstmal das... Ja, ähm, jetzt müssen wir erstmal die falsch gelegten Wände erstmal rausrubben. Das geht schnell. So. Jetzt haben wir jetzt mal eine Tür, die können wir da hin tun. Ach, halt. Jetzt müssen wir jetzt erstmal das Holz hier wegrum nochmal. Den Balkon hier nochmal richtig bearbeiten. Und eigentlich müsste dieses Zombie überhaupt verbrennen, eigentlich. Warum es nicht verbrennt, das weiß ich nicht. Ach, jetzt müssen wir erstmal hier die nehmen. Und eine Tür. Und da auch. Aber gleich. Ähm, jetzt machen wir erstmal... Hier. Tisch. Den tun wir da hin. Wenn er schon so... Ja, das ist richtig. So. Und so. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis hier ein NPC eintrifft und einzieht. So. Das ist jetzt erstmal fertig. Jetzt kommt hier nochmal diese Abteil. So, wir haben jetzt 45 Ziegelsteine. Ich glaube, das reicht. Dann könnten wir hier nochmal los und ein bisschen Leben abbauen. Oder eine Wüste suchen für Sand. Sand kann man nämlich umbauen zu Glas. Man braucht zwei Sand pro Glas. Das ist ganz nützlich, finde ich. Da kann man auch schön durchgucken, obwohl man hier auch überall durchgucken kann. Ja, ähm, dann werden wir gleich mal gucken. So, jetzt müssen wir hier langsam mal fertig werden. Ja, jetzt kommen. Ah, ist das richtig drin, das Headset? Ja, ist es. Weil ich irgendwie... Der eine Ausgang mehr abspielt als der andere. Vielleicht täuscht das auch nur. Na, wie lange dauert das hier? So. Ach, wir können das doch auch ohne Spreng machen. Okay. Machen wir nochmal schnell fertig hier und dann könnten wir raus. Wir gehen mal gleich nach rechts und nicht nach links. So. So, das sieht doch schön aus, finde ich. Ja, nettes Ziegelhaus. So, jetzt müssen wir mal ein paar Fuck-Kellen platzieren. So, nettes Ziegelhaus. Da setzen wir noch eine Tür hin. Jetzt könnten wir noch mal schnell... Ach, eine Truhe können wir auch bauen. Das machen wir auch gleich mal. Oder demnächst. So, das platzieren wir in die Mitte. Wo ist denn die Mitte? Genau. Da. Ein Stuhl und ein Stuhl und ein Tisch. So, jetzt wüssten wir eigentlich nur noch warten, bis ein NPC eintrifft und einzieht. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern, aber wir haben ja Zeit. So, jetzt sterben hier langsam die Monster. Sterbehilfe für mich. Hier sind schöne Sterbehilfe hier. So. So, jetzt haben wir hier ein nettes Haus. Das sieht auch gar nicht schlecht aus, finde ich. Nur, dass hier unten noch keine Ziegel sind. Ach, Mist. Mensch, die Schleime nerven hier. So, jetzt mache ich einmal kurz eine Unterbrechung. Ich bin gleich wieder da. Moment. So, dann bin ich wieder. Entschuldige, dass ihr warten müsst. Um ehrlich zu sein, musstet ihr ja gar nicht warten. Das neue Video hat einfach begonnen. Ich muss nur kurz was erledigen. Und jetzt geht's weiter. So. Schleim, du bist tot. So. Ist auch noch ein Pilz. Ach, waren wir schon in der Höhle? Ja, waren wir. Ach, da ist wieder unser beliebtes Eisen. Mensch, hier ist ganz viel Eisen, finde ich. Bei meinen, bei meiner privaten Welt ist hier gar nichts. So, jetzt haben wir eine Heilungsportion bekommen. Jetzt wird es auch langsam wieder dunkel. Bauen wir noch einmal das Leben hier ab. Na komm, wir müssen auch gleich wieder nach Haus. Es wird dunkel. Ach, jetzt kommt schon wieder so ein nerviger Schleim bei uns an. Mensch, wir wollen nichts von dir, so. So. So, das Clay ist jetzt gleich fertig. Nur so viel, wie nötig ist jetzt erstmal. Nur so viel wir brauchen. So, ihr nervt, ihr Schleims. So, tot. Jetzt machen wir nochmal schnell. Das ist hier nochmal fertig. Ich glaube, das jetzt reicht jetzt erstmal. Jetzt gehen wir erstmal schnell zurück. So, jetzt geht's.